Die Umweltchemie in ähnlicher Bedeutung auch ökologische Chemie genannt, ist ein interdisziplinärer naturwissenschaftlicher Forschungsbereich, der sich mit der Ausbreitung, Umwandlung und den Wirkungen chemischer Stoffe auf die belebte und unbelebte Umwelt beschäftigt. Hierbei werden sowohl Stoffe aus natürlichen Quellen untersucht, b. aus Vulkanen und Organismen als auch solche aus anthropogenen Quellen, b. aus Verkehr, Industrieprozessen und Dünge-Mitteleinsatz. Geschichte Die Umweltchemie entstand in Deutschland als eigenständiger Forschungsbereich Ende der 1960er Jahre im Vorfeld der beginnenden großen Umweltschutzdiskussionen, wobei hier insbesondere der Chemiker Friedhelm Korte diese damals neue Forschungsrichtung vertrat und wohl auch den Begriff ökologische Chemie prägte. Viele Inhalte überlappen sich allerdings mit dem ebenfalls in etwa dieser Zeit entstandenen Begriff der Ökotoxikologie. Teilgebiete der Umweltchemie Forschungsschwerpunkte der Umweltchemie sind unter anderem, die Umwandlung der Stoffe in der Umwelt, der Transport bzw. die Verteilung von Umweltchemikalien, Probleme der Abfallentsorgung insbesondere auch der Abfallverbrennung, die Wechselwirkung bzw. der Einfluss von Umweltchemikalien bzw. deren Umwandlungsabbauprodukten auf die Umwelt. Aufgrund der fachübergreifenden Thematik steht die Umweltchemie in engen Wechselbeziehungen zu anderen Wissenschaftsbereichen wie Z, B, zur Biologie, Ökologie, Meteorologie und Chemie. Methoden Die Analysemethoden entsprechen zu einem großen Teil denjenigen der Umweltanalytik bzw. der analytischen Chemie, Biochemie und Ökotoxikologie. Die Analysemethoden entsprechen zu einem großen Teil des Amalekorts und zeprischemischen Sachse in der Windelung der Umwelt, der Waldemarfilm der Umwelt und des Amalekorts. Dämpferenten Die Analysemethoden